So Harry, erklären wir das. Jetzt sind wir ja Partner, die Feuerwehr Neusiedel. Wie ist das mit dem Fettkampf? Schau, das ist ganz einfach erklärt. Wir versuchen in 90 Tagen fit und vital zu werden. So viel Fett wie möglich zu verbrennen. Das Ganze für einen guten Zweck. Dazu kommen wir jede Woche mit einem Workshop zu den verschiedensten Themen zu euch. Wir machen Ernährung, wir machen Bewegung, natürlich Kochworkshops, damit der Genuss her passt. Das ist zum Beispiel ganz wichtig. Aber 90 Tage, ist das nicht ein bisschen lang? Bitte. Das geht so schnell vorbei, ich möchte kurz sagen, Explosionsort. Explosionsartig. 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 mehr so vieles Acceptente.